I don't have a dentist here. For taking out a tooth is 3.000 dollars. I couldn't bend my toe. I had to pay close to 30.000 dollars. Having a baby costs like 80.000 dollars. It's a monstrous system. Das amerikanische Gesundheitssystem gilt als eines der teuersten und ineffizientesten der Welt. Wir haben uns gedacht, wenn wir schon mal hier sind in den USA, dann würde es sich auch anbieten, wenn wir einfach mal mit den Leuten hier ins Gespräch kommen und sie fragen, wie sie das amerikanische Gesundheitssystem erleben. Ich bin einer der Glückwunnen. Ich habe nicht wirklich hohe Bösen. Wie viel wir haben? Es ist über 1.000 dollars a month. 1.000 dollars a month. 1.000 dollars a month. Das ist nur als günstig wie es könnte. Ich kann nicht, als ein normaler Person, eine health insurance. Ich bin ein Studium von Italien. Kann ich sagen? Das ist nur ein Geld von 300 a year. Aber ich habe nur eine Emergency ER. Ich habe nicht ein Denter. Für eine Töte aus einer Töte ist es 3.000. Wenn ich mich über das, es ist 6.000. Das ist für die Töte zu beachten. Ich habe eine Problem mit meinem Fuß. Es ist nicht so, dass ich meine Töte ausfüllen. Ich habe eine Töte ausfüllen. Ich habe eine Töte ausfüllen. Ich habe eine Töte ausfüllen. Das ist wirklich ein viel Geld. Ich weiß nicht, ob ich eine Töte ausfüllen. Ich weiß, dass eine Töte ausfüllen, dass es nicht komplett vollständig ist. Ich weiß nicht. Es ist nicht meine. Meine roommates, die hier studieren, die hier nicht haben. Und es ist verrückt. Du kannst nicht überleben. Erstens. Die American-Health-Care-Industrie. Sie sind monsters. Ich arbeite in der American-Health-Care-Industrie. Aber ich denke, sie sind monsters. Mein beste Freund hat angefangen zu arbeiten, weil sie drei kleine Kinder haben. Er musste zurückgehen, weil sie nicht mehr bezahlen konnten. Wie viel haben sie zu bezahlen? Ich denke, es war über 2,000 Dollar pro Woche. Und ich habe eine Familie von fünf. Ich bin Italien. Ich bin auch ein Amerikaner. Wenn ich Probleme habe, insbesondere mit meiner Gesundheit, dann habe ich ein Flugzeug. Es ist eher günstiger, zu bekommen, zu gehen in Italien, zu bekommen, und dann zurückkommen. Es ist günstiger, als zu gehen, und dann zu gehen, und dann zu gehen, und dann zu gehen. Ich kann es nicht hier machen. Ein Ambulanz pill ist großartig. Mein Freund, Kevin, wurde in einem Ambulanz und das war 4,000 Dollar für die Fahrt nach dem hospital. Ja. Mein Freund hat eine Freundin, und er war in ein wirklich riesiges Auto, und dann hat er totale Bankrupte. Er hat sich nur durch die Bankrupte und es war einfach nur weil er wirklich wirklich sehr schwer ist. Und dann hat er einfach seine Wirtschaft. Haben eine Baby kostet 80,000 Dollar. Ja. Ja. Ja, wenn du nicht habe health insurance, basically, es ist ein monsteres System. Ja. Meine Freundin hat ihre ganze Leben von 16, zu 67, in einer Factory, mit vielleicht 35,000 a Jahr, und sie kann nicht auch alle von ihrer Medikation. Sie hat es zu nehmen, sporadisch. Das ist jemand über 50 Jahre in einer Factory. Es ist nicht fair. Es ist nicht fair. at all. Her Heart Medikation ist etwa $735 a month. Das ist viel Geld. Das ist viel Geld. Das ist viel Geld. Das ist viel Geld. Und sie kann es nicht Sie macht es ein Monat um zwei Monate und nehmen es jeden Tag. Wir versuchen sie zu helfen mit das. So, wenn du ein guter Salar und du hast eine gute Gesundheit und du bist, du bist, aber die Leute die meisten brauchen oder nicht. Es ist so corrupt mit den Pharmaceutical Unternehmen. Wenn die healthcare kostet was you actually make, dann ist das viele Menschen mit keinen healthcare. Und dann, sie versucht zu helfen mit der Obamacare thing, aber jetzt ist alle geteilt. und pick die part. Danke. Bye! Woo! America! Es ist problematisch. Das ist okay. Woo! .